Also Schnucki, was ist denn das? Das ist ein Brot! Cola und Pringles, yeah! Hallo und herzlich willkommen hier bei TikTok-Tubes zu diesem neuen Video! Heute gibt es eine richtig coole Challenge und zwar erstmal hier zusammen mit Ed! Hi, was geht ab? Hast du schon Bock? Ah, ich weiß es, ich mahle einfach dich! Papa ist gerade unten, der sollte eigentlich die Kamera spielen. Papa? Ich bin hier! Wolltest du die Kameramann sein? Ein geiler Merch! Also, das war knapp! Aber ich würde sagen, heute gibt es die Challenge! Wer es schöner malt, darf es behalten! Hier, Freunde, wo ich fast die Kamera fallen lassen! Aber bevor es los geht, lasst einen Daumen nach oben! Dann vergessen nicht den Kanal-Kaustaus-Onden-Sammling-Läufe zu aktivieren! Oh, da ist auch unsere Kamera! Es ist ja bald Weihnachten, dann kannst du mir eine neue schenken! Hey, jetzt ist doch alles gut! Auf jeden Fall! Gibt es hier heute eine Challenge! Wir haben drei Zettel! Also eine Zeit lang gemacht! Hab ich nicht! Doch! Also wir haben ganz viele Stifte, ganz viele Zettel und ganz viele Sachen, die Papa bei uns bringen wird! Genau! Aber die... Papa würde uns nämlich gleich Sachen bringen, die wir dann zeichnen müssen! Oder malen müssen! Und wer jetzt am schönsten malt, der darf das Objekt behalten! Okay! Was denn das denn eigentlich für Sachen? Also, es gibt tolle Sachen, aber die zeigst du nicht alle jetzt inzwischen! Sondern du trägst uns immer so eine Sache und stehst ja wirklich! Okay! Also wir sind bereit, Leute! Seid ihr gespannt! Schreibt mal nicht am Tag rein! Würdet ihr es auch gerne malen! Juhu! Ne was? Also ich würde sagen, let's go! Das erste Objekt wird uns gebracht! Das bin ich! Ach! Okay, wir machen Papa jetzt! Alles klar! Wer mich am besten malt, darf mich behalten! Und ihr dürft alle mitmachen! Wer will mich? Schreibt mal alle in die Kommentare rein! Wer will mich? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, was ich meine muss! Malabella, keinen fetten Sack kennen! Auch keinen alten Sack! Also gar keinen Sack! Wie machst du da jetzt? Der mal Kackhofen! Oh nein! Ich kann Kackhofen nicht! Alter Schweden! Papa! Das bist du! Kann mal jemanden Asch entsorgen bitte? Oh! Das haben wir jetzt aber grad nicht gehört, oder? Das ist eben Kacka! Was? Oh! Kacka, Papa! Oh! Oh! Das gibt Hate! Okay! Okay! Ich weiß das ja! Ich mach immer gerne Späße! Kenn das ja schon! Das ist Ruhe! Nee! Das bin ich nicht! Das kommt noch manchmal hinten raus! Okay! Hat die auch noch was zu malen hier? Oder wie? Keiner will mich behalten? Wir wollen es mal! Dann nehmt einfach das! Das erste Objekt steht! Wer am schönsten malt, darf das behalten? Ja! Das hast du grad gesungen! Oh Leute! Nein! Es ist doch schlecht! Nein! Aber die bleibt auch viel zu! Original war ausverkauft! Leider! Wie macht man das denn jetzt? Cherry, Zucker, Oli, Oli! Was Mama hier macht? Naja! Machen wir's doch nicht schlecht! Darf ich mitmachen? Du? Willst du Cola trinken? Ja, du musst ja die richtige Dose zahlen, ne? Also so dass man's auch wiedererkennt! Komm schon, ich mal das schon ganz gut! Also, Mama, dann zeig mal deine Dose. Ich muss die Konkurrenz ausgelöscht. Hallo, das ist deine Cola-Dose, die Mama gemalt hat. Ich hab die Konkurrenz ausgelöscht. Zeig dir deine Cola-Dose. Hier ist die Cola-Dose von Ash. Er hat mich einfach drauf gemalt. Also, dieser schwarze Haken, das gehört nicht dazu. Das denken wir uns mal alle weg. Da ist ja so ein drücker Strich drauf. Das fällt schon mal aus. Dann fällt er auch raus. Also, entscheidet mal hier. Schreibt mir mal in die Kommentare. Nein, du musst entscheiden. Ich muss das machen? Ja, klar. Hast du gewonnen? Was? Danke! Ihr bekommt keine Ziele. Zeig mir deine Ziele. Hä, warum sieht deines denn besser aus? Papa hat es gesagt, so meiner. So, habt ihr mich dann alle schon gemalt? Wer möchte mich denn nun haben? Nein, wollte ich nicht malen. Achso, dann nimm das. Oh mein Gott, das soll ich haben. Oh mein Gott, das soll ich haben. Nen, 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 nen wird ihr haben. Nein, halt. Stopp. So, jetzt gebe ich mir auch noch nicht so viel Mühe, vielleicht gebe ich dann ja noch. Hä, nicht so viel Mühe? Meinesens spinnst du! Ich habe mir schon ganz viel Mühe gegeben. Haha, ich habe schon mir ganz viel Mühe gegeben. Das ist eine Minute um und das war's. Du hast nicht mal ausgelassen. Hey, ihr dürft nicht mehr weiter machen. Auch nicht. Ich hab die Haare vergessen. Ich hab auch wieder verloren. Was für Haare. Was für Haare. Dann darf ich das essen gleich. Cola und Pringles. Yeah. Fangen wir hier an. Das ist das Bild hier von Mama. Da kann man gar nicht erkennen, was das ist. Ash, ist das bei dir hier? Kann man auch erkennen, das ist. Cool, die hast du besser hingekriegt, die Schiff. Ich muss sagen, die Schiff. Ein Segelbrot. Ja, ich glaub das nicht. Sieht aus wie der. Alle nebeneinander. Ich glaub Max. Hat Max gewonnen. Ja. Hat Max gewonnen? Ash, man kann dich gar nicht sehen. Ash und Tyrone und Z-Ships. Nein, Max, die Pringles. Hey. Ash, man kann dich gar nicht sehen. Ash ist traurig, weil er nicht nur Pringles jetzt hat. Eine Runde Mitleid jetzt hier für Ash. Du kriegst was abkommst. Bedauere, bedauere, bedauere. So, also. Ich, 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 ähm. Max hat gewonnen. Ja? Ja. BAM! Alter, die fressen jetzt hier erstmal die Pringles. Nein, er hat sie fressen. Nur der, der gewonnen hat. Niemand merkt überhaupt, dass ich hier stehe und schon der nächste Gang hier kommt, ne? Also die Runde, next round jetzt. Nächste Runde. Okay, zusammen. Bitte sehr. Nur essen hier heute noch was. Oh, da muss ich rausdecken. Also, die Zeit läuft. Halbe Minute. Und mal sehen, wer jetzt die beste Nutella-Dose malt hier. Ja, mit dem Nutella-Glas. Mh. 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 Okay. Toll. Okay, Leute. So. Einmal hochhalten, bitte. Also, Schnucki, was ist denn das? Das ist ein Brot. Ich weiß nicht, das sieht aus wie ein Spiegelei irgendwie mit einem Nutella drauf. Nein, das ist das Geld hier. Das ist das Geld hier. Was ist das mit dir? Ähm. So. Und eins? Ich würde sagen, Max hat sie schon wieder gewonnen, ne? Oh, ja. Warum denn er? Oh, nee. Jetzt für die Heul-Fraktion wieder. Heul 1 und Heul 2. Und jetzt kommt meiner Meinung nach echt, ich glaube, das schwerste von allem. Echt? Okay, dann mach mal. Sag mal. Okay, ich mach jetzt auch nicht mehr. Okay. Wegen gehören die? Das ist meine. Hey. Vielleicht kann ich sie ja gewinnen. Ich hab nämlich keine Korra. Die hab ich mir ausgesucht. Malt sie. Wer sie am besten malt, kann sie behalten. So, jetzt gucken wir hier mal was. Wieso hat er das so gut gemalt? Das ist hier wohl ne Nacktschnecke, was du da gemalt hast. Airpods. So, gut, dass wir mal lesen. Hier ist auch so ne Nacktschnecke und da steht echt so drauf. Und das sieht aus, als wenn hier zwei, zwei Augen irgendwie hier. Von Mr. Scraps hier. Hä? Die sehen so aus. Ja. Also, ich würd sagen, hier Max hat mal wieder den Korra. Ich hab mir meine Airpods verteidigt. Also, ich würd nicht sagen, dass ich die gewonnen hab. Ich hab die verteidigt, ey. So, es geht los. Äh, es geht weiter, mein ich. Mit diesem tollen Adventskalender. Ich hab den nicht von Oreo gesponsert, sondern den haben wir extra gekauft. Mama, ey, bis Malte. Hey, hey, hey. Ist wieder auf Zeit. Hallo? Nein. Na ja, auf jeden Fall. Ich bin nicht. Ich male jetzt mal ne Waschmaschine hier, ne? So, schreib mal jetzt in die Kommentare, sollen die jetzt aufhören? Nein. Wir sollen nicht aufhören, bitte. So, jetzt aber. Nein. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Zeig her. Boom. Fangen wir bei Mama an. Äh, ja. Waschmaschine. Mando, du hast ja niemals gesagt, ob es gut ist oder nicht. Ähm, ja. Auch ja. Ähm. Meins besser. Wie sieht denn das aus hier? Ist meins besser? Ich hab wenigstens Türchen bei mir drin. Das stimmt, da sind ein paar Türchen drin. Was? Türchen hab ich gar nicht gesehen. Wir können die ja nicht die ganze Zeit jetzt hier echt so immer gewinnen lassen, ne? Nein. Dann machen wir auch Ash. Mhhh. Okay. Ash ist heute mal Sieger der Herzen. Ja. Bitteschön. Während hier der Adventskalender-Gebäude ausgeholt wird. Was ist denn hier los? Könnt ihr dir noch ein Unboxing machen, Mann? Äh, stopp jetzt. Und das ist irgendwie nicht Thema des Tages? Üblich ist auch noch nicht Advent, also noch nicht mal Dezember. Irgendwie ist der Kohlenhydratent oder so. Ja. Okay, ich stehe hier jetzt schon. Ihr könnt schon mal mit... Ich seh schon, ich seh schon. Ähm. Hier ist sie. Meine Apple Watch. Also eigentlich fasst du mal meine. Ähm, die schmeiß ich dann mal kurz auf den Markt. Hier ist sie also. Das ist meine. Viel Spaß. Fertig. Fünf. 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 Fünf.